Hallöchen hier, der Nalef hier und willkommen zurück bei Heavy Metal Farc 2. Ja, wo es weitergeht, hier im Sumpf, wo ich mich erstmal hier an die Steuerung wieder gewöhnen muss. Gott, das ist Ewigkeiten her, seit ich hier das letzte Mal gespielt habe. So, okay. Okay, aber ich hoffe, dass ich natürlich schnell wieder reinkomme. Jawohl, das ist Geschichte, sehr schön, okay. Dann mal gucken, wo ich lang muss. Wo war ich noch? Nix. Okay, wir sind gleich hier rum. Jawohl, sehr schön. Generation, dann hier schnell das Obst erraschen. So, da geht's lang. Da ist ein Nippelheimer, okay. Wer mit der Kommung natürlich zerlegt wird. So, jetzt die Frage. Da ist noch einer, okay. Wie gesagt, die Frage, wo geht's jetzt lang? Schließt noch einer. Tatsache, okay. So, wirklich, ja. Na, komm. Komm her. Trau dich. Okay. So, und die durfte ich nicht dran, ne? Da war was. Okay, jetzt Explosiv-Munition. So, diese ganzen Pilzsporn, die hier rumstehen, ist natürlich auch, wenn nicht ohne. Was? Wo kommst du jetzt her? Wo kommt der jetzt her? Wo warst denn du jetzt? Ich sag mal, Wasser, um mich aufzuladen. Oh, okay. Gut, 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 gut. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich her lang muss. Ich wohne mal hier durch. Da ist noch leckere Pilze. So, und nun? Okay, da hinten spuckt dir jemand was auf mich. Mal schnell speichern. Mal gucken, ja, genau, der Nippelheimer da oben. Den erst mal dezent ausschalten. Okay, da kommt ein noch so ein Clown-Change. Okay, komm her. So ist da eine Flammenschwerke an, genau. Nein. Jawohl, der ist hier schön zerlegen worden. Wunderbar. Okay, habe ich jetzt hier drüben den? Nein, habe ich nicht. Okay, dann nimm doch jetzt mal die Pistole am besten. So, und. Okay, wunderbar. So, jetzt mal schauen. Wo muss ich hier hoch? Ohne am besten diese Viecher hier zu berühren. Irgendwie, irgendwo krächzt hier noch dezent was rum. So, machen wir mal hier hin. Ja, ja, Mädel, das ist eine gute Idee. Halt dich da fest. Scheiße. Nein, das war nix. Okay, also, neu laden. Und noch mal. Na komm, okay. Dann was. Hier hoch. Sehr schön. Dann nehme ich doch den Part. Oh mein Gott, ist das nicht so fest? Das ist doch furchtbar. Okay, und hoch mit dir. So, ich glaube, hier geht's runter. Mal wieder das Feuerschwert in die Hand nehmen. So, okay. Mal runter, mal gucken. Ist das ein Kopf? Nee, das ist einfach nur ein Stein. Das sah so aus. Doch, das ist doch ein Kopf, ne? Sieht so aus. Okay, da geht's rein. Da geht's am besten nicht rein. So, da mal hier runter. Okay. Oh Gott. Da ist ein Hebel. Den ist zu drücken, gell? Okay, dann gucke ich doch mal. Mach das mal. Ah, da öffnet sich im Baum ne Tür. Genau. Und da kommt hier, oh Gott. mit dem Kollegen an der Schüssel. Aber die sind hier mittlerweile keine Problemchen mehr. Wunderbar. Okay. Kurbel. Kurbelgerüttel. So, ich glaube, das ist dann der Aufzug, der runterkommt. Sehr wahrscheinlich. Jawohl. Und hoch mit dir. Hoch mit dir. Och, Mädel. Na komm. Okay. Nochmal. Runter damit. Und da musst du da zeitnah drauf sprengen. Ey, ist überhaupt nicht schwer. So. Und unten ist der Ranzen. Oh, das gibt's noch nicht. Das ist, also die Steuerung, ne, damals war nicht ganz ohne. So, okay. Nochmal. Kann doch nicht sein hier. So ein verkackter Aufzug. Genau. Einfach drauflaufen. Wunderbar. Gott, ich hasse was. Speichern. Besser ist das. Okay, wo lang? Ähm. Wo setzt der auf? Zu. Oh, dieses Ding. Okay, ich muss da unten entlang. Uh. Okay. Okay. So, jetzt da rüber. Ah, dann ist da wieder dieses verfaulte Wasser. Komm, geh hoch. Ich glaube, das Viech spuckt mich dann da rüber. Jawohl, genau. Mach das mal. Und wo lang? Wo lang? Da. In die Sprung. War das richtig? Echt jetzt? Oder möchte er oben landen? Warte mal, ich glaube nicht, ne? So, da ging hier jetzt irgendwo was auf. Okay, da kommt wieder so ein blauen Karl. Die aber recht schnell erledigt sind. Na, komm. Eigentlich. Okay, warte mal, die habe ich doch hier ganz entspannt. Der dicke Axt geschnitzelt. Jawohl, genau. Aber anscheinend bin ich auf dem richtigen Weg. So, Wasser einsammeln. Und hier runter. Und hier runter. Jawohl. Ich glaube, ich nehme wieder das Flappenschwert in die Hand. So. Schnell hier die Pflanze einsammeln. Da ist noch so ein Nippelheimer hier um die Ecke. Und noch ein Clown Karl. Okay. Okay, Kombo. Sehr schön. Wunderbar. Gut. Aber alsbald ist ja auch das gute Wasser alle. Das heißt, ich kann die ja hier dezent zur Detonation bringen. Gucken, wie viel die fressen. Komm. Treffer, macht dem nichts. Dann noch mit der Ozi drauf. Jawohl. So muss das sein hier. Okay, da steht auch noch einer. Aber den könnte ich, glaube ich, ganz entspannt mit dem normalen Schwert umhauen. So, mal hier. Und einmal da. Das sollte ja reichen, ne? Ach, das doch, Kollege. Nein, macht nicht die Kombi. Okay. So, jetzt. Ah, ja, ist hier der Eingang. Da geht's rein. Und hier drück ich mal drauf. ist das ein Aufzug. Tatsache. Okay. Bin ich jetzt rauf oder runter gefahren? Ich glaube, rauf. noch was ist hier. Hier ist ein Hebel und Waffen. Ah, dieses Outfit wird meine Schild. Ja, ja, natürlich. Okay, neues Outfit und Munition für die Uzi. Dann würde ich sagen, geht's hier gleich weiter. Doch das Ganze erst in der nächsten Episode. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei werdet. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.